Willkommen zu einem weiteren Artemis V Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über das Toleranzschema, mit dem Sie bestimmte Referenz- bzw. Grenzkurven erstellen können. Diese Kurven können Sie unkompliziert in Diagramme einbinden und zum Beispiel Ihre Messergebnisse auf Toleranzeinhaltung bzw. Toleranzbruch testen. Sie können die Kurven für Toleranzschemata manuell erstellen oder aus Messergebnissen generieren. Zunächst sollen zwei Referenzkurven für ein Toleranzschema manuell erstellt werden. Öffnen Sie dafür den Toleranzschema-Editor. Klicken Sie auf New und Tolerance Scheme. Nun öffnet sich ein neues Dokument, mit dem Sie ein Toleranzschema erstellen können. Mit einem Klick können Sie neue Kurven erstellen und diese durch Eingabe beliebig vieler Werte editieren. Aktivieren Sie dazu die jeweilige Kurve durch einen Klick und geben Sie in der linken Spalte beliebig viele Wertepaare ein oder kopieren Sie Wertepaare zum Beispiel aus bestehenden Excel-Dokumenten. Mit einem Rechtsklick in den Wertebereich einer Kurve können Sie Werte kopieren und Sie erreichen die Funktion Shift Selection. Mit dieser Funktion können Sie durch Eingabe beliebig viele Werte auf einmal bzw. die gesamte Kurve verschieben, ohne alle Werte einzeln verändern zu müssen. Um die gesamte Kurve zu verschieben, markieren Sie dafür alle Werte in einer Kurve und geben Sie unter Shift Selection z.B. einen Offset von –24 dB an. Mit dieser Eingabe wird die gesamte Kurve bzw. alle zuvor selektierten Werte um 24 dB abgesenkt. In den Properties des Toleranzschema-Editors können Sie die Einheiten der Achsen verändern, abhängig davon, für welche Analyse das Toleranzschema verwendet werden soll. Sie können die Kurven eines Toleranzschemas nicht nur per Eingabe von Zahlen erstellen, sondern auch die Ergebnisse von zuvor berechneten Analysen verwenden. Dafür wird zunächst die FFT-Average-Analyse von zwei Marken mit einem Data Viewer als Destination Element berechnet. Für diesen Anwendungsfall wird nur jeweils ein Kanal einer Marke benötigt. Die beiden dargestellten Ergebniskurven sollen nun die obere und untere Grenzkurve eines neuen Toleranzschemas werden. Gehen Sie dafür im Head Navigator of Recent Results. In den Recent Results befinden sich alle Daten, die während einer Sitzung der Artemis Feed erzeugt wurden. Die zuletzt berechneten Ergebnisse befinden sich am Anfang der Liste. Fügen Sie die beiden Dateien nacheinander per Drag-and-Drop in das Diagramm des Toleranzschemas ein und die entsprechenden Kurven erscheinen. Auch nach dem Einfügen von Messergebnissen können Sie die einzelnen Werte der Kurve in der linken Spalte verändern und den aktuellen Kurvenverlauf per Eingabe nachträglich anpassen. Um später in den Analysen die richtige Zuordnung der Kurven zu gewährleisten, geben Sie den Kurvennamen und legen Sie deren Rolle fest, um diese Rolle später in den Analyseeinstellungen auswählen zu können. Zur besseren Übersicht können Sie den Bereich innerhalb der beiden Kurven farblich markieren. Klicken Sie dafür auf Fill Areas und fügen die beiden Kurven mit einem Klick auf Create ein. Diese Funktion können Sie auch für andere Bereiche im Diagramm nutzen. Nun können Sie noch die Füllfarbe bestimmen und die Änderung bestätigen. Speichern Sie das erstellte Toleranzschema ab, um es in Analysen verwenden zu können und somit Messungen auf Über- oder Unterschreitungen der Kurven zu testen. In den Properties einer Analyse finden Sie den Punkt Toleranz. Setzen Sie bei Add Tolerance Scheme einen Haken und wählen Sie die eben erstellte Datei aus. Wenn Sie genauere Informationen über die Verletzung des Toleranzschemas, zum Beispiel in der Diagrammlegende, anzeigen lassen möchten, setzen Sie bei Tolerance Check ebenfalls einen Haken. Wählen Sie nun unter Upper und Lower Limit die entsprechenden festgelegten Kurven aus. Nach der Berechnung erscheint ein Diagramm, das die Ergebnisse der Analyse und das eben erstellte Toleranzband darstellt. Damit haben Sie zunächst einen grafischen Überblick, inwieweit die Messkurven sich innerhalb der Toleranzbänder befinden oder diese verletzen. Möchten Sie numerische Informationen zu den einzelnen Messungen haben, können Sie dies in der Legendeneinstellung im Properties Tool Window vornehmen. Gehen Sie dafür auf 2D Diagram Options und Legend. Unter Tolerance Check können Sie sich genauere Informationen jeweils zur Über- oder Unterschreitung anzeigen lassen. Fügen Sie den Punkt Upper Check Result ein und Sie bekommen die Information, ob eine Toleranzverletzung vorliegt oder nicht. Möchten Sie numerische Informationen zu den einzelnen Toleranzverletzungen angezeigt bekommen, wählen Sie zum Beispiel den Punkt Upper Check Maximum Violation aus. Nun wird Ihnen für jede Kurve die größte Verletzung mit den zugehörigen Positionen angezeigt. Dabei haben Sie die Möglichkeit, schnell und genau festzustellen, welche Messungen die festgelegten Grenzen überschreiten. Je nach Analyse kann für das Toleranzschema auch eine feste Frequenzbeziehung notwendig sein. Möchten Sie zum Beispiel ein Toleranzband in einer Terz- oder Oktavpegelanalyse verwenden, wählen Sie zur Erstellung eines Toleranzbands den Punkt Toleranz Scheme Frequency Bands aus. Standardmäßig wird Ihnen ein Frequenzband mit Terzschritten angezeigt. Im Properties Tool-Window können Sie aber auch die Schrittweite, zum Beispiel in Oktavschritten oder in Frequenzgruppen verändern. Zudem können Sie die Bandbreite einer Kurve mit Hilfe der zusätzlichen Eingabefelder erweitern. Wenn Sie zum Beispiel die Bandbreite mit Hilfe der Pfeile unter dem Punkt Range erweitern, entsprechen die hinzugefügten Werte auch der Einstellung in den Properties. In diesem Fall entsprechen die hinzugefügten Werte auf der Absisse automatisch Terzschritten. Erstellen Sie so Ihre Toleranzbänder nicht nur angepasst an Ihre Messungen, sondern auch an Ihre Analyse. Mit der Verwendung eines Toleranzschemas haben Sie eine einfache Möglichkeit kennengelernt, Ihre Messergebnisse auf Toleranzeinhaltung zu testen. Damit können Sie Benchmark-Tests durchführen oder neue Messungen überprüfen.